so aufnahme startet und wir sagen halli hallo hallöchen und willkommen zurück zu wir sind hier in einer anschaulichen höhle und ich habe privat das hier zuletzt gemacht dieses taktfeld wo man das da eben formen kann dazu habe ich mich hier meine charakter ein bisschen geupgradet die haben jetzt meine hauptcharakter haben jetzt alle so epische echos am start und wir swipen nun nach oben um den krieg fortzusetzen wir sollen nämlich mit unserem generalissimo auf das schlachtfeld wir haben ja in der letzten folge gesehen wie der mond erschienen ist und haben zusammen mit unserem generalissimo eben den krieg beziehungsweise das schlachtfeld uns angeschaut dort unten sind schon unsere ranger und denen werden wir jetzt mal unter die arme greifen vielleicht helfen sie uns sogar ok nein sie helfen uns nicht weiter nach vorne zu schreiten aber wie ich sehe haben wir weiter vorne noch ein paar andere stationiert waren die gegner gerade 35 wo apropos naja fehlen noch 10 andererseits so jetzt haben wir hier 14 und da 70 ein überraschungsangriff also ok jetzt sind wir mittendrin jetzt wurden wir auch wieder zurückgestuft was haben wir eigentlich für echos hier naja auch episch aber nicht ganz so dolle wegen lp guck mal eine hat nämlich eine hat nämlich schon 1000 und die hat nur halb so viel das finde ich ein bisschen blöd gemacht dass man nicht seine eigenen hochgestuften charakter nutzen dass man so begrenzte charakter haben muss ja 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 Oh, was ist denn mit dem los? Der General hat mich hergeschickt. Trotz Yang-Yangs Bemühungen, den Soldaten zu helfen, starb er kurz darauf. An seinen Verletzungen. Oder man konnte ihm nicht helfen, sagen wir es so. Aber jetzt ist er tot. Und tschüss. Ich habe da jetzt noch kein so ein Mitleid, weil ich kannte den Soldaten nicht. Wer ist jetzt einer von unseren Freundinnen, dann würde da mehr Trauer hinaussteigen. Ich habe da jetzt noch ein paar Mal. Das ist der, der dieses Ding aktiviert hat, oder wie? Das ist der, dieses Ding aktiviert, oder wie? Gut. Oh, da ist der Generalissimo, oh und diese andere da, die Kung Fu Meisterin, oder Regen verwandelt sich wieder. Oh ja, mir fällt gerade noch was ein. Ach, die Uhr noch abschrauben, damit sie nicht in der Aufnahme stört. Oh ja. 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 Oh ja, das stimmt. Oh ja. Ich bin der Weg. Ich bin der Weg. Ich bin der Weg. Ich bin der Weg. Dürfen wir jetzt mit Generalissimo und mit Kung Fu Meisterin spielen? Und ja, dürfen wir. Besiege alle Feinde. Hat er eigentlich wenig seine legendäre Waffe? Nein, leider nicht. Hätte ich mir auch denken können. Ich bin der Weg. 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 Oh, keine weiteren Gegner? Okay. Gut, scheinbar wird es hier nun wieder zu drittweite gehen. Ja gut, das ist, äh, Quicktime Event war. Oh, darf ich den Teleporter mitnehmen, oder wird, ähm... Oh, Herr Hocker, ist es okay, Herr Hocker? Oh, keine Ahnung, Herr Hocker kommt! Oh, das ist doch... Gott, das ist wieder eine richtige Sequenz? Nö. Nein, nein. Ich bin bald Stufe 40. Da muss ich wieder Charakterstufen gehen. Was ist denn das für ein Stuhl? Ja, das ist neu für mich, aber cool. Ein elektrischer Stuhl oder was? Ist das nicht auf der Karte des... Okay. Ist das nicht. Das sieht nach einer Bettlagerena aus. Das ist ein Stuhl. 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 Super. Das ist ein Stuhl. Ja, das ist gut. Ich mache es gut. Naja, die erste Hilfesets hier bei Wurwan Rave sind irgendwie nicht so geil wie bei Genshin beispielsweise. Die geben nur halb so viel Leben und wohin muss ich eigentlich? Oben rum. Alter, gleich das ganze Haus. Beziehungsweise die Gebäude. Ich weiß nicht, was ich es ist. Du bist auf den Wind. Du bist auf den Wind. Du bist in der Wind. Ich werde das bezahlen. Du bist auf den Wind. Du bist auf den Wind. Was ist das? Das ist cool, Jettst. Ach, wir können uns auch da hoch. Oh, hier nicht. Das wir mit so Bruchstücken auch uns hochziehen können. Und ich sehe schon, wir müssen zu diesem Gebäude, um hier diesen Titan zu bekämpfen. Okay. Der scheint ein bisschen stabiler zu sein. Ich habe bloß noch einer von. Ich glaube, das ist ein Kogumis. Das ist ein Kogumis. Das ist ein Kogumis. Das ist ein Kogumis. Also, das ist ein Kogumis. mit 100 lebenspunkte so locker floppig überleben kann so wohin geht's und jetzt mit eliminiert oder ja tatsächlich das hat ja gar nichts gebraucht ja ja ich kann ja ja Es wird schwitzig. Reicht ja nicht, dass hier schon im Zimmer gefüllt 30 Grad sind. Puh, schwitzig. Ja, aber hoffentlich mit Regeneration jetzt bitte. Danke. Sekunde, ich musste was trinken. Dieses Mal waren es mehr als nur ein paar Kratzer. Ich habe es wieder auf die Kratzer. Ich werde es wieder auf die Kratzer aufstehen. Wenn man die Schmerzen aufbauen kann, dann kann man die Schmerzen aufbauen. Wir versuchen das zu nutzen. Kann man leicht übersehen, so eine Truhe, oder? Ich hoffe, ich habe weiter unten nichts übersehen. Alle guten Dinge sind drei in dem Fall, ne? So, jetzt sind wir oben an der Spitze angelangt. Jetzt kommt aber eine Fehlensequenz, oder? So? Das war's für heute. Es gibt viele Zandau. Ich habe nur noch einen Satz gefangen. Ich würde es nicht sagen, dass ich mich nicht mehr so machen kann. Nein, nein! Was? Wenn du die Zandazung nicht mehr verletzt, dann würde ich nicht mehr so machen. Wenn du die Zandazung nicht mehr verletzt, dann würde ich mich nicht mehr verletzen. Ich würde mich nicht mehr verletzen. Ich werde langsam müde. Nun wird sie also zurückbleiben und es wird nun ein Zweierteam. Ich verstehe. Gib dein Bestes. Ich habe mich überrascht. Ich werde die Angelegenheit mit dem Angelegenheit beherrscht. Hier ist es ich. Ich werde sie nicht mehr als sie lieben. Ich danke dir. genau dort werden sie jetzt mit der kanone draufballern und 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 nice sequenz und dieses raumriss geht uns kennen wir doch nur noches gibt kein zurück mehr nur dann lasst es uns beenden doch bevor wir es beenden gucke ich mal kurz auf die minutenzahl 31 werde ich noch durchziehen auch ein bisschen überlänge danach kann ich schlafen gehen doch keine sequenz dieses wie ich kenne mir doch glaube ich ok kenne ich doch nicht das ist ein anderes fisch gegen den muss ich nur zu zweit dann auch noch mit stufe 55 dieses mal kudakarita schufa sind amt zu kinias matthew Nice. Ich bin doch noch gar nicht so weit. Irgendwas mit Stufe 50 und dieser eine Elektro-Todesengel oder was das da ist. Wow. Ja. 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 dieses Auge und regeneriert sich wahrscheinlich. Oder es gibt eine zweite Form jetzt. Was ist das für ein Schwebelding? Soll das so sein? Nee, sollte nicht. Ich habe keine Ausdauer mehr. Ja klar, übertreibt doch. Aua. Oh, jetzt sind es Speere. Aua. Huch. Jetzt wird der Raum verengt auch noch. Was aber geil gemacht ist. Da sind die 100 HP wieder. Jetzt gibt es mega Stress. Jetzt ist sie sauer. Ja. 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 Was ist Narnia? Was? Wer hat Gruppe besiegt? Achso, er ist wieder da. So, jetzt will ich ihre Ults sehen. Oh. Was ich noch dazu sagen wollte ist, wobei ich helfe es mir für später auf. Hat die so eine Sense? Hat die eine andere Waffe gekriegt oder wie? Ne, trotzdem Einhänder. So. Komm schon einmal Ult noch und dann... Okay, vergesst es. So. 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 Mitten durchs Herz und der Drache ist gefallen, doch er steht wieder auf. WDR mediagroup GmbH im Auftrag des WDR Mit der Macht Gottes und ein kleiner Plüschpuschel. Ein Paimon aus dieser Welt. Sieht aber sweet hier aus. Haben wir jetzt immer noch Chaos-Energie oder sind wir jetzt wieder zurück zu Spektro gewechselt? Äh, es scheint schwach zu sein. Und das andere Ess scheint zu schlafen. Dann mal Chaos aus der Himmelsphäre. Aber erst mal Pellon und Abstauben. Ja. Und das ist ein Kind. Entfernen, aus der ersten WDR, der Geist der WDR, 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 Untertitelung des ZDF, 2020 Koto no sei hiはいつだって 定位でなく 人の営みによるものだ いっときの失意はあれど 局面を打開しようとする者はいる かつて 星々の古野原に 龍の土豪を聞いた 定位でなく 人の営みによるものだ いっときの失意はあれど 局面を打開しようとする者はいる かつて 星々の古野原に 龍の土豪を聞いた 今は それにひるいする外科がひびきわたる この先どうなることやら だが それを語りにはまだ早い そして とても 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 チャプトグ カピテル こうやって ここで こうやって ステム ステム ステム90 METF Oh Ich bin gleich wieder da. Beziehungsweise. So, jetzt geht es weiter. Tja, dann hat sie jetzt wohl Chaos Energie. Ist ja nicht so, dass sich ihre Spektrofähigkeit erst geupgradet habe. Also hier, das hier. Jetzt muss ich alles auf Chaos Schaden umwendeln. Na ja, das mache ich auch morgen. Beziehungsweise, ich kann hier schon mal alles entfernen. Beziehungsweise, wiederum, beziehungsweise. Beziehungsweise, ähm. Okay. Die Verfolgung kann ich jetzt abbrechen. Ein neuer Gefährte. Soll das so eine Art, äh, Begleiter-Geschichten. Ah, okay. Dann mache ich mal in der nächsten Folge so Begleiter-Quests. Habe ich sonst noch irgendwie was? Trophäen beispielsweise habe ich. Und dann habe ich eine neue Nachricht erhalten. Ah ja, dreizehnte Sittende. Ich möchte dir eine persönliche Einladung ausgeben. wenn zulässt wenn zu na ja nichtsdestotrotz mache ich dann morgen weiter beziehungsweise nicht dass ich das ist hier ich hoffe ich tue das nicht aus versehen aktivieren oder so naja ich habe jetzt lange genug rumgedoktert ich gehe dann in das pen gute nacht man sieht sich bei bei und wir haben exakt 50 minuten